Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier bei Abenteuer-Brettspiele, diesmal mit einer Neuheit von Asmodee in Deutschland, nämlich Ketzal. Ein gehobenes Familienspiel mit einer sehr schicken Grafik-Industration und ja, mit euch zusammen möchte ich einfach mal reinschauen, wie das Spielmaterial so aussieht. Dann machen wir die Box auf, sieht auf jeden Fall schon mal sehr abenteuerlich aus, geht halt auch wieder in irgendwelche mysteriösen Ruinen und Tempel. Ja, dann sehen wir auch schon hier die Anleitung, die ist nicht dick, zwölf Seiten, zeigt schon, es ist dann doch eher so ein gehobenes Familienspiel. Ja, hier sieht man das Spielbrett, wir haben verschiedene Bereiche, wo wir halt unsere Meeple quasi einsetzen können, in unterschiedlichen Effekten, die wir da jeweils bekommen, bis zu fünf Spieler können mitmachen. Ja, wir haben ja jeweils so einen Vorarbeiter, Expletionsleiter in dem Fall, halt einen Joker-Meeple, den wir halt sowohl für dunkel als auch hellen nutzen können, denn wir sehen hier, diese normalen Meeple, die haben halt eine helle und eine dunkle Seite und wir würfeln halt die Meeple, also wir werfen quasi die Meeple und je nachdem auf welcher Seite sie landen, können wir dann in bestimmte Bereiche, wo halt nur weiße rein dürfen oder nur schwarze, dunkle rein dürfen oder eben auch beide dann reingehen. Wir haben Karten, einige Artefaktkarten, wir haben Aufwertungsplättchen, die jetzt bestimmte Aktionen geben, Münzen, gut sind Pappenmünzen natürlich, wir haben Automatonkarten, die werden halt für das Spiel zu zweit benutzt. Ich glaube, ein Solo-Modus ist hier nicht dabei, aber könnte man überlegen, ob man die Karten halt dafür dann mitnutzt. Ja, und dann haben wir noch ein paar Siegpunktmarker. Sieht alles sehr hübsch aus. Hier dann der Aufbau für drei bis fünf Spieler, wie dann halt die Artefaktkarten ausgeteilt werden, bestimmte, diese Aufwertungsplättchen, andere Sachen, Hafenbereiche, wo wir dann diese Artefaktkarten, wieder verkaufen können und dafür dann Punkte bekommen. Ist also wirklich übersichtlich, was auch an Material dabei ist. Dann der Spielablauf, wir werfen unsere Figuren, wir setzen sie ein, wir aktivieren damit Orte und dann kommt dann die nächste Runde schon. Und jetzt sieht man schon, ja, es gibt ein paar Erklärungen zu den einzelnen Orten, die dann hier auch genannt werden. Die sind dann auch durchnummeriert, das ist auch ganz gut. Und ja, die werden dann nach und nach abgearbeitet, dann in der Runde und dann gibt's schon das Spielende. Gibt halt fünf Runden und dann ist das Spiel zu Ende. Dann gibt es hier das Spiel zu zweit. Da haben wir halt, wie gesagt, so einen Automarker, also einen virtuellen Mitspieler dabei. Und hier nochmal eine Zusammenfassung, ja, was man halt machen, Figuren werfen, Figuren setzen, die Aufwertung nochmal erklärt. Ja, eigentlich recht übersichtlich. Dann haben wir hier Stanzbogen, wo hier so diese kleinen Tableaus für die Charaktere dran sind. Das sind halt wirklich nur kleine Tableaus. Hier rechts kommen die Aufwertungen, die wir haben dran. Und wenn wir dann noch weitere Aufwertungen bekommen, müssen wir eine von hier abwerfen und die legt man hier ran. Bekommen aber dann auch noch die Siegpunkte, die diese gegebenenfalls bieten. Dann gibt's halt für die fünf Spieler und ich finde es schon sehr schick auch gestaltet. Auch so 20 Jahre Look, wie es halt oft so bei solchen, ja, Entdeckungen und Artefakt-Jagd-Spielen ist. Da oben haben wir zwei Abdeckplättchen, die kommen halt auf das Spielfeld, wenn wir mit weniger Spielern spielen. Die decken halt bestimmte Aktionsfelder dann ab, dass man ein paar weniger hat. Dann hier das Geld, Marker, also ganz hübsch auf jeden Fall. Rechts oben der Startspieler-Marker. Dann haben wir hier diese Aufwertungsplättchen. Und da sieht man auch hier, dass man halt bestimmte Dinge machen kann, wie oben. Da kann man dann halt, ja, ein, quasi, oder zwei von seinen Arbeitern auf die andere Seite drehen. Zum Beispiel, man kommt bestimmte Boni, bestimmte Effekte. Ja, da müsste man, ist ja dann auf der Rückseite der Regeln auch dann deutlich erklärt, was das alles ist. Hier unten nochmal für den Auto mal irgendeine Prioritätenleiste und natürlich Münzen noch, die wir brauchen. Und dann haben wir hier das Spielbrett, was wir uns natürlich mal anschauen. Und das sieht auf jeden Fall auch ganz schick aus. Wir haben eine Siegpunkteleiste, die sich langgeschlängelt. Wir haben hier die Bereiche, wo die Artefaktkarten auslegen. Und dann sieht man hier halt die Einsatzfelder. Zum Beispiel im Bereich 2 gibt es halt fünf Einsatzfelder für solche Miepel. Die ersten vier nur für Weiß, hier unten Weiß oder Schwarz. Allerdings, ja, die Reihenfolge, die erst nachher abgearbeitet wird, wer was nehmen darf, geht halt von oben runter. Allerdings kostet der erste Einsatzplatz auch fünf Geld. Ist also recht teuer. Man kriegt aber zwei Karten. Da unten wird es billiger. Dann bekommt man eine Karte von hier und eine Karte vom Nachziehstapel. Und hier als Letzter bezahlt man nur eine und kann einen beliebigen Miepel einsetzen. Dafür muss man aber auch als Letzter dran. Das heißt, es ist nicht mehr viel übrig. Und man kriegt nur eine Karte. Ja, und so geht das halt hier rum bei verschiedenen Bereichen, wo man halt sich einsetzen kann. Hier könnte man zum Beispiel Startspieler werden. Hier kriegt man halt diese Aufwertungen für das eigene Tableau. Hier sind halt die Märkte, wo man dann halt Karten abgeben kann, die dann halt werten kann. Was schon sehr stark ist, dann sechs solche Artefakte zu werten. Das ist halt auch so ein Set-Collection-Mechanismus drin. Sehen wir uns ja gleich an, die Karten. Und hier unten, das ist auch ganz witzig. Da haben wir halt drei Bereiche, wo quasi nicht nur ein Miepel sich reinstellen kann, sondern das ist quasi so ein Auktionsmechanismus. Hier liegen auch alle Faktkarten. Und hier legt man halt, ja, Miepel rein und muss halt immer einen mehr als der vorherige, der die reingelegt hat, legen. Also wenn ich jetzt hier einen Miepel reinlege, dann kann mein Mitspieler hier zwei reinlegen. Dann nehme ich meinen Miepel wieder raus. Den habe ich dann wieder zur Verfügung. Aber halt eher halt im Moment die Mehrheit. Würde halt die zwei Karten bekommen und hier, ich glaube, das ist ein Siegpunkt. Hier irgendwelche Geld und irgendwas anderes noch. Ja, und so kann man dann halt sich gegenseitig überbieten, um diese Karten zu bekommen. Aber es kann ja auch teurer werden, was natürlich auch ein witziger Mechanismus dann ist. So, dann schauen wir weiter, was in dieser doch Box drin ist mit dem ganz netten, hübschen Papp-Inlay. Das ist jetzt nicht toll und jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist auch Dauer-Super. Aber hier ist so eine Aussprache, wenn man schon mal drunter kommt, unter die, wenn man jetzt am Ende das ganz unten hinlegt, das Spielbrett, kommt man dann trotzdem ran, indem man es halt rausholen kann. Finde ich ganz gut. Das hier wird natürlich, denke ich, mal wegfliegen gleich mal. Ja, und dann haben wir hier eben diese Miepel und die sind richtig schön bedruckt von beiden Seiten. Helle und nukle Seite. Nochmal drüber lackiert, sehen wirklich gut aus und die kann man dann halt so schön auch werfen und dann färben die halt nicht unbedingt an den eigenen Händen ab. Ja, dann haben wir noch diese Expeditionsleiter, wo jeder Spieler einen davon bekommt. Und diese sind im Endeffekt Joker, das heißt, die werfen wir zwar auch und ich glaube, wenn die stehen bleiben auf den Füßen, dann bekommen wir noch ein Geld so als Bonus beim Werfen. Ansonsten diese Seite, wo sie liegen, wobei beim Vorarbeiter ist egal, das ist halt ein Joker für, die kann man für dunkel und hell einsetzen. Ein paar Zipbeute ist ganz gut. Wir haben hier ein paar, ja, Punktemarker, was auch immer für Marker, Rundenmarker, Punktemarker. Die Karten schauen wir uns gleich an. Und wir haben hier noch, vielleicht für das Geld, eine kleine Schatztruhe, die wir zusammenstecken können. Also ausstellungstechnisch so für ein Familienspiel. Auf jeden Fall hübsch gemacht, wie ich finde. Und dann schauen wir uns mal die Karten an. So, dann haben wir hier mal die Folie abgemacht. Und da sehen wir hier, das sind Artefaktkarten. Das sind die Karten für den Automat. Ja, und das sind hier auch weitere Artefaktkarten, die erkennt man halt hinten. Das ist jetzt, wie gesagt, auch nicht komplexes. Das sind jetzt keine Multi-Use-Karten oder irgendwas. Es ist halt ein Familienspiel und hier sieht man halt so eine bestimmte Art von Artefaktk. Die erkennt man zum einen, unterscheiden die sich teilweise eben durch die Optik, durch die Illustration. Jetzt ist hier das ein bisschen grün dabei. Deshalb scheint es nicht so, sieht man das nicht so. Aber im Endeffekt sind die halt teilweise wirklich etwas unterschiedlich. Ich schaue noch mal, wie ein Antritt finden. Aber man erkennt es auf jeden Fall oben links an dem Symbol. Das ist halt dann die Samenhöherigenkarten. Und manchmal bekommt man halt hier rechts oben noch sofort irgendeinen Bonus. Und man sieht auch unten, ja, wenn man die als Set abgibt, welche, wie viel Punkt es gibt. Als wenn man davon nur eine abgibt, zwei Punkte. Wenn man zwei abgibt, vier Punkte. Okay, das ist jetzt nicht so aufregend. Aber immerhin, wenn man drei abgibt, gibt es sieben Punkte. Das heißt, ein Punkt mehr. Was haben wir da noch so? Dann haben wir hier, das ist dann schon attraktiver. Da haben wir quasi auch hier dieses Symbol. Und auch hier unterscheiden die Karten sich zumindest in zwei Arten. Auch hier wird er grün. Das wird wahrscheinlich wieder durchschalten. Na ja, es geht. So ein bisschen. Aber im Grunde genommen auch oben links so dieses Symbol. Und auch hier sieht man durchaus teilweise die Boni, die es da noch gibt. Oder hier auch Geld als Boni. Und unten sieht man halt die Wertung. Hier lohnt es sich halt auf jeden Fall schon mal zwei abzugehen. Da kriegt man nämlich fünf Punkte statt zwei für nur eine. Oder eben drei. Dann gibt es acht Punkte. Und es gibt es halt dann, ich glaube, fünf verschiedenen Symbole. Hier haben wir so ein Symbol mit nur einem Schädel drauf. Und auch hier gibt es unterschiedliche Illustrationen. Auch hier wieder mit Boni. Und hier gibt es richtig viele Punkte. Drei, sechs und zehn. Da gibt es aber offensichtlich weniger Karten davon. Und rechts wird wahrscheinlich die Kartenanzahl sein, die es von der Art gibt. Hier gibt es dann wieder richtig vier. 21. Dafür gibt es halt auch nur pro hier Karte ein, zwei oder eben bei drei Karten vier. Also das ist dann leichter, so ein Set zu sammeln. Dafür gibt es halt dann weniger Punkte. Und hier sieht man auch ein bisschen die Illustrationen. Da sieht man unten dann die Schätze oder irgendwie noch Gold liegen. Ja, die gibt es ein bisschen selten, aber auch noch recht häufig. 18 davon. Und auch hier so ein bisschen Detailzeit. Hier mit irgendwelchen Edelsteinen drin. Und dann, ja, das waren die Karten, die Artefaktkarten, die wir halt im Endeffekt sammeln durch die einzelnen, einfachen Aktionen und damit uns Punkte holen. Und dann haben wir halt, das sind die Automarkkarten. Ja, und da sieht man halt hier auch ein bisschen grün dabei, aber da gibt es halt hier bestimmte Dinge, die halt der Gegner, der virtuelle Gegner macht. Ich weiß gar nicht, ob er hier alle drei macht. Und dann setzt er halt oben im Bereich zwei und fünf wahrscheinlich was ein. Zwei plus fünf, schwer zu sagen. Im Bereich zwei auf jeden Fall. Oder er nimmt sich bestimmte Karten oder blockiert die Einsatzplätze zwei und fünf, das könnte sein. Genau, und dann im Bereich drei A. Da setzt er drei eigene ein. Das ist halt so dieser Beat-Bereich. Und im Bereich vier setzt er einen schwarzen ein und blockiert ihn wahrscheinlich damit das. Und dann gibt es halt unterschiedliche Karten, die halt jeweils in unterschiedlichen Bereichen, zumindest hier die Bereiche drei, zwei, drei und vier einsetzen. Teilweise dann auch noch andere, hier unten dann auch zum Beispiel mal bei der 7, was einsetzt. Ah, hier sind mehrere, wo der 7 noch blockiert wird. Aber ansonsten ist das ein relativ einfacher Automat, denke ich mal, der einfach, wie man es halt so kennt, entweder direkt Plätze blockiert oder eben in diesem Beat-Bereich es eben teurer macht. Oder eben einfach, die da drin sind, schon mit eins oder zwei rausschmeißt, wenn er selber drei reinsetzt. Ja, das war mein Unboxing von Ketzal, welches jetzt bei Asmodee in Deutschland oder über Asmodee in Deutschland veröffentlicht wurde. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Familienspiel und ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich bei mir und der Familie auf den Tisch bringen werde. Zwei bis fünf Spieler, 15 Minuten pro Spieler, also auch relativ schnell gespielt. Und ja, wirkt auf jeden Fall erstmal ganz nett. Mal schauen, was es dann im Spiel, wie lange dann der Reiz vorhält. Denn groß anspruchsvolle Mechaniken sind ja nicht dabei, aber ich denke mal so als Familientitel, wie gesagt. Und dafür ist er auch gedacht, auf jeden Fall reizvoll. Das war mein Unboxing von Ketzal. Ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, was ihr davon haltet. Vielleicht auch von der Gestaltung oder von so einfacheren, gehobenen Familienspielen. Mich würde es auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und wenn ihr mal auf abenteuer-brettspiele.de vorbeischaut, dort findet ihr eine Menge Infos über Brettspiele, Reviews, Toplisten, News, Kickstarter-Previews, Interviews und vieles mehr. Und auch meinen wöchentlichen Podcast. Das war's für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.